Hi, Tulga Bayerling mein Name, Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe. Culture doesn't stop. Ich stehe hier im UG Archive der Ausstellung von Sargmeister on Walls, Beauty, wo wir eine ganze Reihe toller Objekte der Sammlung haben. Hier neben mir ist ein Objekt von Marco Zanini, einer der Gründer von Memphis Design. Memphis war einer der wichtigsten Bewegungen der 80er Jahre, kommt aus Italien. Mitgründer sind so wichtige Leute wie Ettore Sotzas oder Alessandro Mendini. Beide leben leider nicht mehr und haben mit diesen sehr fast absurden Formen, aber auch so banalen Materialien wie dieses Glitzermaterial, das zum Beispiel in Amerika auf Tischplatten etc. verwendet wurde, echt Designgeschichte geschrieben. Dass wir dieses Stück über die SAK Stiftung Hamburger Kunstnamen bei uns haben, ist ein großes Glück und ist ein echtes Highlight hier im UG Archive. die SAK Stiftung ist ja wieder durchsucht. Die SAK Stiftung ist toll, aber auch wenn wir uns auf die SAK Stiftungen liessen haben, die SAK Stiftung stellt, wie es ein eigenes Jaulật von gap, die SAK Stiftung ist nur ein Forderung alles zu machen. Die SAK Stiftung ist so wichtig, ist einiges Gefühl, Vielen Dank.